Nova, die Tal'Darim nehmen direkten Kontakt mit uns auf. Ihr mögt Hochlord Alarak in unserem letzten Kampf beeindruckt haben, aber nicht mich. Lasst uns sehen, wer in diesem Kampf mehr Terazin gewinnt. Möge die beste Kriegerin die Aufgabe erfüllen. Ich glaube, sie ist immer noch sauer wegen dem Mutterschiff. Das wird nicht einfach. Noch das sieben. So, dann wollen wir erst mal speichern die Aufgabe. Bitte bestätigen. Ravens können am Detektor fliegepacken. So, Ryland, haben Sie alle Extraktionsanlagen lokalisieren können? Sir? Nova hier. Selbstverständlich. Hier sind sie. Die Omojaner scheinen die Förderung mittels biomechanischer Technologie zu beschleunigen. Das können Sie später untersuchen. Jetzt muss ich mit meinen Truppen zu den Extraktionsanlagen vorrücken, damit sie sie während der Förderung verteidigen können. Verdammt! Rygel, ich glaube, ich habe die vermissten Forscher gefunden. Sie sind alle verseucht. Kein schlechter Anfang. Die erste Extraktionsanlage fährt hoch. Komisch. In der Extraktionsanlage ist eine Art Lebewesen. Nova, wir fördern uns Vorgang lockt verseuchte Terranerzeugen an. Ich habe jetzt zum Glück die Schrotwende genommen. Sehr gut. Und so wie es aussieht, lade ich auch wieder Nuklear-Dings auf. So, in der Zwischenzeit kann ich ja mal schauen. Falten können nur Lufteinheiten angreifen. Detektoren sind wirklich nur als Detektor gedacht. Und Benjis können nur Bodeneinheiten. So, ich mache schon mal ein paar davon. Denn ich müsste früher oder später auch ein paar Verteidigungstürme bauen. Und da fange ich auch gleich mal mit an. Von mir aus, Abmarschbereit. Nicht genügend Mineralien. Von mir aus, Abmarschbereit. Ja, ja, BBF einsatzbereit. Ach, Commander. So, da fährt die Hörerung. Ich habe halt nicht nur Schwärmel einzuschauen, zu holen. Statusbericht? Ja, Sir. BBF bereit. Jetzt bin ich mal gespannt. So, mit Rage ist eigentlich geschützt, Termal-Born. Wir haben sie auf dem Schirm. Geschafft. So, der kann sich nicht bewegen. Wir haben sie auf dem Schirm. Zu Befehl. Nova hier. So, ich muss fünf Terazin fahren. Ich werde es jetzt nie lebendig kriegen, ihr Dreckskerle. Statusbericht? In Bewegung. Abmarschbereit. Die zweite Extraktionsanlage ist im Betrieb. Aber kampflos kommen wir nicht an das Terazin heran. So, schnell noch ein Heiler. Meine Scanner registrieren mehr Versorgte, die sich unserer Basis nähern. Da will ich doch auch schon gleich was gegen machen. Ich brauche ein Versorgungsdepot, so wie es scheint. Töten. Sag dir bitte. Töten mich. so dann will ich mal ein Maschinen-Doc bauen an die Streitkräfte der Liga holen sie uns hier raus dann kämpfen wir mit ihnen ein hoch auf die Atombombe bitte stillgestanden so wir haben es fast so 2 von 5 haben wir zwischendurch speichern ach ich kann damit jetzt nur noch dies wird eine leichte Aufgabe Krieger führt uns zum Sieg sie bewegen sich auf eine Anlage zu wenn sie sie zerstören steht uns eine Terracin Quelle weniger zur Verfügung wie bitte was darf es denn sein bitte bestätigen in Bewegung schon erledigt Nova hier wird gemacht wie bitte bitte bestätigen laut und deutlich die Truppen der Taitarim sind zu einer Extraktionsanlage vorgedrungen sie werden sie zerstören wenn wir nicht eingreifen ist klar was nicht passt wird passend gemacht wird gemacht auf dem Weg rein geschäftlich wappen nur zu was nicht passt wird passend gemacht bitte bestätigen schon erledigt Einsatzbefehl Nova hier Spanne Kampf bitte um Statusbericht in Bewegung in Bewegung Hinsporn oder sind wo hat im Bewegung in Bewegung sie in Bewegung hat viele oder sie sind sie ein sie in Bewegung ist die hier Nova hier. Schon erledigt. Bald habe ich mehr Terazin für Sie, Riegel. Wird gemacht. Statusbericht? Jede Extraktionsanlage braucht Truppen zu Ihrer Verteidigung, Nova. Bestätigt. Wie bitte? Laut und deutlich. Wird gemacht. Auf dem Weg. Ist klar. Schon erledigt. Ich höre. Hier, komm ich! In Bewegung. Schon erledigt. Auf dem Weg. Das war richtig gut. Jetzt wollen wir es aber wissen. Ich sollte unsere Feinde vom Terazin fernhalten. Ähm. Ich brauche ein paar Fragen. Nicht genug Bespielgas. Auf dem Weg. In Bewegung. Laute und deutlich. Wie bitte? Upgrade durchgeführt. Ach gut, dass ich die Fähigkeit reingenommen habe mit den mehr Ressourcen. Die Versorgung greifen gerade eine Anlage an. Unsere Extraktionsanlage droht die Zerstörung. Wir müssen schnell handeln. Laut und deutlich. Schon erledigt. Ziel markiert. Das war vielleicht dumm, das zu machen. Nein! Das ist schon die dritte Terazin-Ladung. Ihre Bemühungen tragen Früchte, Nova. Scheiße, hätte ich gewusst, dass sie sich dann vergraben? Rein geschäftlich. Oh, ich brauche nur eine Kaserne. Und einen zweiten Raumhafen dann. Wir haben sie auf dem Schirm. Was nicht passen wird, passen Sie mal an. Nova, laut den Aufzeichnungen betrieben die homoianischen Forscher hier zusätzliche Minen. Sie mussten wahrscheinlich einiges an Ausrüstung zurücklassen. An homoianische Technologie kommt man nur schwer ran. Ich werde mich dort umsehen. BBM einsatzbereit. So, ich will wenigstens einen Detektor haben. Falke zur Stelle. Bitte bestätigen. Ich höre. Nova hier. BBM einsatzbereit. Durchgeladen und entsichert. Schön, dass ich hier oben schon war. Laut und deutlich. In Bewegung. Statusbericht. Erwiedere Feuer. BBM einsatzbereit. Laut und deutlich. Nova hier. Ganz kaum noch, Herr Baum. BBM einsatzbereit. Beste... Nova hier. Wird gemacht. Ist klar. So, jetzt aber. Das kriege ich hin. Ähm. Du kriegst auch mal einen Tisch... Acht, mate. Einen Reaktor meine ich. Genau. Eliminiert eine weitere Extraktionsanlage. Das wird diesen Schwächlingen eine Lektion sein. Ich muss da rüber. Aber das mit der Mine kann ich auch später machen. In Bewegung. Auf dem Weg. Nur zu. Darf sonst noch was... Erweiterung fertiggestellt. Statusbericht. Bestätigt. Ganz kaum noch, Herr Baum. Wie bitte? So, wie laufe ich jetzt am besten, um da hinzukommen? Eigentlich unten lang, würde ich sagen. Rein geschäftlich. Wird gemacht. Nova hier. Schon erledigt. Das kriege ich hin. Laut und deutlich. Ist klar. Ich glaube, das ist so der kürzeste Weg. Unsere Gegner greifen eine Extraktionsanlage an. Bewegung. Bestätigt. Ambivolf. Laut und deutlich. Wir müssen... Fressen. Das sieht nicht gut aus. Zurück weg. Ich höre. Das krieg ich hin. Ah, Commander. Statusbericht. Ein geschäft. Wir haben sie auf dem Schiff. Wie bitte? Worauf soll ich ballern, Sir? Befehle sind zu befolgen. Eine weitere Extraktionsanlage fährt hoch. Bald werden wir hier Besuch haben. Initial Nova hier. Statusbericht. Rein geschäft. Auf dem Weg. Laut und deutlich. Bestätigt. Bestätigt. Ich stehe ganz schön in der Klemme hier. Volle Kraft voraus. Abruf bereit. Ab die Post. Wie bitte? Hier, komm ich. So, ist ja so weit so gut. Ich stehe ganz schön in der Klemme hier. So, kann der hier noch was machen? Ghost Akademie? Habe ich schon. Ein Waffenlager. Erwidere Feuer. Dings kann auch nicht schaden. Scheiße. Nova, ich habe mehr Versorgte entdeckt, die auf ihre Position zu halten. Haben Sie eigentlich nie gute Neuigkeiten für mich? Nova, ich verfüge über Technologie zur schnellen Wundversorgung. Machen Sie einen kleinen Umweg über Ihre Basis und Sie sind wieder voll einsatzbereit. Alle mal auf Gefechtsstation. Ei, ei. Die Anlage kann weiteren Angriffen nicht standhalten. Schlagen Sie die Versorgten zurück, sonst wird sie fallen. Los, los, los. Scheiße. Nova, wir können in dieser Anlage kein Terracin mehr fördern. Wenn wir zu viele Anlagen verlieren, können wir die Aufgabe nicht bewältigen. Verserben? Durchgeladen und entsichert. In dieser Forschungsstation müssten immer noch ein paar Pläne sein, wenn Sie sich da umsehen könnten. Das werde ich tun. Ich weiß, was ich zu tun habe. Was schärfen wir hoch? Worauf soll ich ballern, Sir? Bereit machen, Jungs. Ich höre. Auf dem Weg. Abruf bereit. Haben wir Ausgang? Statusbericht? Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Ich werde mich nicht erneut von diesen Schwächlingen übertropfen lassen. Fieger, zu den Waffen. Nova, passen Sie auf. Die Tal'Darim halten auf unserer Basis zu. Worauf soll ich? Abmarsch bereit. Wie bitte? Aufgedankt und einsatzbereit. Lebe jetzt bereit. Rein geschäftlich. Wird ich das schaffen oder ob ich sie mit in die Basis nehme? Wird gemacht. Ich würde halt gerne mal so ein Sekundär zählen. Sind das ein Panzer? Seien Sie kurzsichtig. Meine Scans registrieren in der Nähe verseuchte Belagerungspanzer. Nova hier. Riegel, übernehmen Sie die Kontrolle über meine Truppen, bis ich hier fertig bin. Null. Aber natürlich. Bestätigt. Laut und deutlich. Ähm... Ein Dreckling registriert. Verteidigung ist kurz drauf, online. Seien Red Bull. Oh. Ist klar. Wird gemacht. Sure erledigt. Bestimmt. Bestimmt. Laut und deutlich. Das ist ja witzig. Ich habe etwas gefunden, aber wofür wollen Sie es verwenden? Das ist eine Überraschung. Ist klar. So, ich bin mal gespannt, ob jetzt Zeit vergangen ist. Auf dem Weg, Nova hier. Jetzt wäre ich noch nie weg gewesen, wer. Rein geschäftlich. Wird gemacht. Wir könnten hier etwas Hilfe gebrauchen. Hör ihr, traur mich. Das kommt doch einfach. Nehmen wir uns bereit. Schiebt sie los. Bitte bestätigen. Bestätigt. Was gibt's? BBS einsatzbereit. Hier komme ich. Okay, das war jetzt nicht weiter schlimm. Worauf soll ich ballern, Sir? BBS bereit. So, ich hätte trotzdem gerne einen Detektor dabei. Ich bin dieses jämmerlichen Kampfes überdrüssig. Verstört sofort eine weitere Anlage. Bitte bestätigen. So, die wollen wieder angreifen. Nova hier. Laut und deutlich. Und danach würde ich nämlich gerne... Ach komm, das kann ich da eigentlich schnell machen. Das kriege ich hin. Wenn das E-Solo-Missionen sind, dann kann ich das eigentlich schnell machen. Los, los, los. Muss ich nur dafür sorgen, dass danach meine Einheiten hier schon halbwegs ready sind. Räu mich schon drauf. Aber sicher. Und da ist noch eine zweite Basis. Verweiterung fertiggestellt. Selbstverständlich. Sie können auf uns zählen, Commander. Lassen Sie uns nur nicht hier zurück. Achso, ich dachte, das war ein Berg. Verstand. Geschafft. Ich bin drin. Auf dem Weg. So, aber ich denke, ich mache hier erstmal eine kleine Pause. Und wir sehen uns gleich bei der nächsten Folge wieder. Tschüss.